Ey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute kommt mit Abstand das krasseste Video auf meinem Kanal. Oh mein Gott, der Pookie und ich, wir haben einen Stumbleguys Song zu einem rausgebracht. Leute, Stumbleguys, Jeremy S, Geistkrank ist es mit Abstand das teuerste Video in meinem Leben. Es ist zu krass, Leute. Deswegen lasst jetzt gerne einen fetten Daumen nach oben da, kostenloses Abo, Leute. Und wir gucken uns jetzt gemeinsam die Premiere an. Oh mein Gott, es wird zu nice, Leute. Checkt den Song ab, streamt den auf Dauerschleif. Ich würde sagen, Leute, let's go, wir gehen rein in die Premiere. Und hier sind wir auch am Start. Oh mein Gott, 16 Sekunden noch. Let's go, Shad ist auch am Start, Leute. 300 Menschen warten hier. Und Leute, es wird krass. Let's go, wir geben uns die Premiere in Vollbild. Seid ihr ready? Es geht los. Oh mein Gott, Abfahrt. Let's go. Oh mein Gott, das ist er, unser Song. Let's go. Gebt ihn euch. Boom. Und kommst du mir in die Quere, kriegst du nen Box. Ich hab noch nie einen Startschuss verpennt. Denn ich bleib für immer hier der Stumblegeist-Champ. Ich bin an dem Rad und zieh Gold. Krieg den Boxer, den hab ich schon immer gewollt. Sehr nice. Ich hab noch nie einen Startschuss verpennt. Denn ich bleib für immer hier der Stumblegeist. Ja, die Leute, feiern den auch. Unnormal, das seht ihr alle. Voll am Abgehen. Ich bin das Rad und krieg den Jackpot. Legender wäre mit. Schreibt alle rein, wir finden ihn. Geisteskrank. Wir finden sehr leicht, wir sind die besten Team. Team Boxer, wo ein Box in den Strahl. Du kannst was erleben, darauf verbette ich auch meine Juwelen. Andere Spieler so lost wie der Tempel, denn wir sind die allerbesten am Ende. Ich bin legendär. Gegner ist wert, die Maschine am Spielen, der Sieg ist nicht schwer. Bin mit Mr. Stumble, die Wins am Sammeln. Ich bin schon im Ziel, du kannst nicht mehr sterben. Kennen klar. Ich bin geholt und spiel den Scheiß, Boxer bist im Tod. Bevor du nen Blick werfen kannst, sind wir im Ziel. HATE NICHT SPIEL. HATE DEIN SKIN. Ich bin ein Brenn Richtung Ziel ohne Stopp. Yeah. Und kommst du mir in die Quere, kriegst du nen Box. Einen Box. Ich hab noch nie einen Startschuss verpennt. No. Denn ich bleib für immer hier, das Damegeist-Champ. Das Damegeist-Champ. Ich spin an dem Rad und seh Gold. Gold. Krieg den Boxer, den hab ich schon immer gewollt. Immer gewollt. Ich hab noch nie einen Startschuss verpennt. No. Denn ich bleib für immer hier, das Damegeist-Champ. Das Damegeist-Champ. Meine Gegner haben keine Chance. Ich dreh nur am Rad, wenn ich Preise bekomme. Es wird täglich gespielt, wir gewinnen 30. Ich komm ohne Probleme aus. Oh mein Gott. Jetzt wird jeder geholt. Happy Release, Bro. Ich hab eine Rücksicht, wenn ich im Rennen auspack. Keiner kann mich stoppen. Bezwinge die Beute. Und wenn du es anders siehst, fliegen die Fäuste. Im Race kriegt mich keiner. Das könnt ihr vergessen. Geht nicht. Kommt auf meinen Fuß. Und vor dem Ziel wird noch der Emote gedrückt. Und da bleibt mein Füß immer grün. Rennen Richtung Ziel ohne Stopp. Yeah. Und kommst du mir in die Queerde, kriegst du nen Box. Einen Box. Ich hab noch nie einen Startschuss verpennt. No. Denn ich bleib für immer hier, das Damegeist-Champ. Damegeist-Champ. Der ist so geil, der Song. Ich hab noch nie einen Startschuss verpennt. Denn ich bleib für immer hier, das Damegeist-Champ. Einfach Tobi in der Mitte. So Leute, ey. Es ist so ein geiles Video geworden. Wir werden das jetzt gemeinsam zusammen analysieren. Ich wollte erstmal, dass es einmal anhört. Es ist so geil geworden. Es ist... Ich bin so dermaßen stolz drauf, dass wir so ein geiles Musikvideo gedreht haben. Wirklich. Also, wir haben so lange daran gesessen. Es war bis zur letzten Sekunde. Mussten wir einfach noch zittern, weil wir einfach noch... Ja, weil es noch fertig geschnitten werden musste. Aber jetzt ist es fertig. Es ist so geil. Und das ist noch nicht alles, Leute. Wir hatten auch noch was für euch am Start. Und zwar haben wir ein krasses Gewinnspiel. Ihr seht's gerade. Boah, dieses Knallding, ey. Der stinkt aber immer noch, ey. Irgendwie ging das ja auch gar nicht. Aber was ein Fail. Erstell ein TikTok mit dem Stumblegeist-Champ-Song und zeig den Ingame-Namen, Leute. Macht's auf jeden Fall. Dann werdet ihr von uns 2000 Stumble-Tokens gewinnen können, meine Freunde. Und ja, 50 Mal verlosen wir das. Wir schauen uns jetzt den Song einmal gemeinsam an. Und ja, ich werde euch alles genau... Erklären, es wird geistkrank. Es wird morgen auch noch die Dings dazu kommen. Hier, sag schnell. Das Making-of. Also, ja, ich hoffe, ihr habt Bock. So, wir gehen jetzt einmal gemeinsam rein. Produziert haben das die Fastlane, Leute. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Können wir ganz kurz auch nochmal hier reinkommen. Ihr könnt den Stumblegeist-Song hier downloaden. Ja. Und ganz wichtig, meine Freunde. Teilt den Song auf allen Plattformen. Instagram, TikTok, überall. Schmeißt ihn in allen Klassengruppen rein, Leute. Es wird krass. Macht beim Giveaway mit, wie gesagt. Wir verlosen das an euch. Und, äh, genau. Wie gesagt, markiert uns in den Storys, Leute. Wir reposten die dann. Und ich würde sagen, wir schauen uns den Song einfach mal gemeinsam an. So, let's go. Wir gehen rein ins Video. Mal gucken, was der Chat eigentlich mal ganz kurz so sagt. Der Chat ist auch ultra-hype. Feiern das Video alle. So, wir gehen jetzt rein. Da hast du dann schon direkt die erste Szene so mit Pukki. Ist auch sehr, ey, das haben wir alles so Greenscreen gemacht. Wie gesagt, es war ultra-aufwendig. Wir haben so lange gebraucht für den Song. Aber jetzt ist er nicht draußen, ne? Das war so Widescreen. Da haben wir so zwei Szenen gedreht gehabt. Also einmal so Greenscreen, einmal Widescreen. Und, ja, es war auf jeden Fall sehr nice. Ich sehe immer noch so den Rauch, der immer am Start war. Wenn in die Quere kriegst du einen Box. Einen Box. Ich hab noch nie einen Startschuss verpennt. Denn ich bleib für immer hier das Dumblegeist-Jam. Ey, der ist so ein Ohrwurm, der Song. Der ist so geil. Also, ey, Leute. Es ist mit Abstand das teuerste Video, was ich jemals gedreht habe. Ist das teuerste Musikvideo, glaube ich, was wir jemals gemacht haben. Es war so teuer. Wirklich. Wir schauen mal weiter. Diese ganzen Sachen, die Szenen, die ihr gerade seht, das wurde alles, alles rein, äh, also animiert. Das war nichts irgendwie, wo wir eine vorgefertigte Map oder so hatten. Das musste der Typ alles selber machen. Also, geisteskrank. Ich hab noch nie einen Startschuss verpennt. Und jetzt? Drei, zwei, eins. Das Rad und krieg den Jackpot. Lege der, während ich in meinem Badzock. Leute. Ey, das ist so ein Ohrwurm. Seid mal ganz ehrlich. Schreibt mir alle unten in die Kommentare. Ist der Song nicht eine 10 von 10? Ich feier den. Ich feier den. Und legendär, während ich in meinem Badzock laser-Tracer gewinnen sehr leicht. Wir sind die besten Team-Boxer vor allem. Box in den Strahl. Du kannst zwar... Ja, auch. Das ist so krass. Ey, das Video ist einfach so nice. Andere Spieler so lost wie der? Schreibt's unten in die Kommentare. Andere Spieler so lost wie der Tempel. Denn wir sind die Allerbesten am Ende. Skin legendär. Gegner ist wert. Die Maschine am Spielen. Der Sieg ist nicht schwer. Bin mit Mr. Stumble. Die Wins am Sammeln. Ich bin schon im Ziel. Und tschau. Leute, ganz wichtige Sache. Erster Link unten in der Videobeschreibung. Kommt ihr zum Musikvideo, Leute. Spammt das voll bis zum geht nicht mehr. Spammt, spammt, spammt. Teilt es. Liked es. Es ist krass gewonnen. Ballert es in die Tränen auf Platz 1. Sieg wird geholt. Ach, guckt euch mal, wie krass das einfach ist. Hältet ihr Angst? Renn Richtung Ziel ohne Stopp. Und kommst du mir in die Quere, kriegst du nen Box. Ein Box. Ich hab noch nie einen Startschuss verpennt. Denn ich bleib für immer hier. Denn ich bleib für immer wie das Dammelgast-Jab. Ich bin an dem Rad und zieh Gold. Au! Das ist auch so geil, ey. Das ist einfach, wie gesagt, ich werde da noch genau drauf eingehen, wie wir alles gemacht haben und so. Aber das machen wir nicht in diesem Video. Den Boxer, den hab ich schon immer gewollt. Immer gewollt. Ich hab noch nie einen Startschuss verpennt. Denn ich bleib für immer. Hier auch. Das ist ja wohl so krass geworden. Auch das Colorgrading und so. Wie gesagt, eure Meinung unten in den Kommentaren. Seid ehrlich. Wie findet ihr das Video? Bitte ehrliche Meinung. Jetzt tritt mich keiner. Auch, wie krass das einfach gerade ist, ne? Digga. Das ist alles Skill, da brauchst du kein Glück. Und vor dem Ziel werden auch die E-Motel-Würste. Der Stumbleguys-Champion bin ich zu kühn. Denn am Ende bleibt mein Feld immer grün. Renn Richtung Ziel ohne Stop. Und kommst du mir in die Quere, kriegst du nen Box. Ich hab noch nie einen Startschuss verpennt. Gleich kommt die krasse Szene, wenn ich im ganzen Video. Denn ich bleib für immer hier. Das ist Dumbleguys-Champ. Guck jetzt! Wie krass. Den Boxer, den hab ich schon immer gewollt. Ich hab noch nie einen Startschuss verpennt. Und jetzt kommt Tobi durch die Mitte. Denn ich bleib für immer hier. Das ist Dumbleguys-Champ. Ey, Leute. Ganz ehrlich. Es ist so nice. Gut, jetzt sieht man das nicht ganz so, weil er da am Weg ist. Aber... Ja. Leute, checkt das Musikvideo unbedingt ab. Lasst einen Daumen nach oben da. Kostenlos Abo. Es war zu krass. Auch nochmal vielen, vielen Dank an alle, die an dem Video mit dabei gewesen sind. Und mitgewirkt haben. Es war zu krass, Leute. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen fetten Daumen nach oben da. Kostenlos Abo. Dankeschön, Leute. Ciao, Kost. Und tschö, bitte.